Audrey, Mietzi und Tina. Keine Mondsteine. 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 Peine Mondsteine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, was sagt denn die Jury zu unseren Pipis? Ich hab voll, ähm, ich hab Pipi in den Augen gehabt. Schlechter Witz, einmal alle lachen. Was sagt der Pokémon-Trainer? Das ist wichtig. Pipi. Ja, also ich fand den Auftritt sehr süß, weil ich das als Kind halt auch immer gespielt habe. Aber ich hatte mal die Frage, was habt ihr da in den Krücken drinne? Also, okay. Und, ähm, okay. Pappkegel. Und dann haben wir halt, äh, mit Heißklebe die Haare drauf festgeklebt und rumgewickelt und umgewickelt und noch mehr rumgewickelt. Okay. Und so weiter und so fort. Ja. Harte Arbeit, also. Was sagt das Publikum? So will ich das erstatten haben. Pipi, verbeugt euch. Pipi, nicht sterben. Du bist immer in Mainz. Ihr dürft jedes Pipi fangen, aber das gehört mir. Wollte ich nur mal... Jawohl. Jawohl. Okay. Na dann. Tschüss Pipi. Oh, als nächstes geht das auch ganz cool weiter. Immer noch beim Thema Pokémon. Ist okay. Oh, als nächstes geht das auch ganz cool. Und dann 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 geht das auch ganz cool.